Dritter Messetag. Was ist das Fazit zum Donnerstag der Embedded World? Ich sehe wenig Unterschiede mit letztem Jahr. Wir waren ja auch selber unterwegs. Wir haben unsere Kunden besucht und befragt und hatten das Gefühl, man geht mit der Situation um und macht das Beste draus. Das Gefühl habe ich auch. Ich würde sagen, die Realisten sind hier und wir genießen das auch. Was nehmen wir für die Messe mit? Also wenn wir das alles mal zusammenfassen, dann würde ich sagen, die Situation hier, Panik, ist nie der richtige Ratgeber. Jeder hätte hier sein müssen, um seine Kunden zu treffen. Und dass Leute hier in Europa wieder mehr miteinander machen, dass die Lieferkette hier wieder verstärkt wird, dass wir lokal auch fertigen und dass wir das als eine mehr stabilere Wirtschaft ausbauen. Also wir stehen dafür offen. Ich hoffe, der Rest auch. also wir lernen. Danke. Euer jemandemreich cook. Wir sehen uns brightest. Wir sehen uns im Asta. z seemed lo besucht. Dann schauen sie hin. Also, wir sehen uns immer wieder.